Ein großer Teil unserer Marke ist, mit der wir uns platzieren hier am Markt von Schumann Immobilien, ist tatsächlich unsere Regionalität. Das heißt, ich bin zwar gebürtiger Kieler, allerdings mittlerweile seit 2011 hier in Quickborn ansässig und fühle mich hier pudelwohl. Die Mitarbeiter, die kommen aus Norderstedt und aus Bamstedt, das heißt tatsächlich hier aus der Region vor Ort. Und uns ist auch tatsächlich wichtig, hier unser Business auch weiterhin aufzubauen.